Jo, was geht, und herzlich willkommen zum, ja, bereits dritten Part von Autotalk. Ja, heute reden wir mal über den Aston Martin DBS. Ja, ich sag nur Stichwort James Bond. Im Jahr 2006, da war der Aston Martin DBS noch nicht mal auf dem Markt, durfte James Bond ihn schon fahren. Und zwar im Film Casino Royale. Vielleicht kennt man die Szene, als der Aston Martin, ja, sich das ein oder andere Mal überschlägt und damit den Überstarkungsweltrekord brach. Sehr cooler Film auf jeden Fall. Sollte man sich geben, aber wir sind hier kein Filmkanal, sondern ein Autokanal. Wir reden über den Aston Martin DBS. Ja, 2007 wurde vorgestellt, wurde auch in dem gleichen Jahr im Grunde, ja, veröffentlicht, wenn man es so will. Wurde von 2007 bis 2012 gebaut. Ist ein sehr, sehr hübsches Auto. Hat ein Leergewicht, da waren die Leute, glaube ich, sich scheinbar nicht sicher. Ja, manche sagen zwischen 1700, manche sagen auch 1800 Kilogramm. Muss ich einfach so sagen, weil ich möchte ja schon ein bisschen, ja, die Wahrheit widerspiegeln. Ähm, 517 PS. Ja, was soll man sagen. Ähm, 517 PS. Ähm, 305 kmh. Höchstgeschwindigkeit. Äh, 4,30 Sekunden von 0 auf 100. Grundpreis um die 250.000 Euro und, äh, der DBS, wie es möglicherweise der Name schon sagt, ist, ähm, im Grunde die scharfe Version, die Sportversion vom Aston Martin DB9. Der ja, ähm, ja, im Grunde das gleiche Modell hat, nur halt, dass die DBS ein bisschen schärfer ist. Ein bisschen böser, fetter Diffuser, ähm, ein bisschen breiter, also allgemein einfach ein bisschen mehr PS. Ähm, und wie schon gesagt, im Grunde der James-Bond-Wagen. Ich glaube, damit in diesem Film hat sich der, der Aston in die Herzen gefahren, auf jeden Fall. Äh, gab es auch ein Volante, also halt ein Capri davon. Ähm, ähm, ja, einfach ein sehr cooler Aston Martin, einer meiner Lieblinge. Hauptsächlich durch den Film, muss ich absolut sagen. Mh, Vorgängermodell war der V12 Vanquish. Ich weiß nicht, ob man den noch kennt, ähm, eigentlich ein cooles Auto, aber nicht so bekannt. Und danach folgt natürlich der aktuelle, was heißt aktuelle, ist jetzt auch nicht mehr so aktuell, der aktuelle, halt der aktuelle, wow, soll ich nochmal aktuelle sagen, Vanquish. Ähm, ja, der Vanquish. Dazu muss ich unbedingt nochmal ein extra Video machen, der ist nämlich so geil. Äh, auf jeden Fall ein sehr cooles Auto, ein sehr brutales Auto, ein sehr, ähm, ja, ich darf wohl sagen, ironisches Auto. Und, ja, im Grunde war es das schon mit dem dritten Part von Autotalk. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr denkt, ihr habt ein Like verdient, liked gerne, abonniert auch gerne diesen Channel. Und, ja, wir hören uns dann ein weiteres Mal wieder auf dich. Ciao. Ciao.